Die Steuerkette ist eines der größten Sorgenkinder von Besitzern von N42, 43, 44 und 46 Motoren. Viele verlassen sich dann auf den Schraubenzieher-Test und versuchen durch den Öleinfüllstutzen mit dem Schraubenzieher die Kettenlängung zu bestimmen. Das ist allerdings sehr unzuverlässig und liefert kaum einen wirklichen Rückschluss darauf, in welchem Zustand die Kette ist. Es gibt aber ein Prüfwerkzeug, mit dem man den Verschleiß der Steuerkette bestimmen kann. Das Prüfwerkzeug wird anstelle des Steuerketten-Spanners eingesetzt. Um diesen zu erreichen, löst man zuerst den Ansaugstutzen mit einem Torx-20-Schraubenzieher und entfernt dann den Servo-Ausgleichsbehälter mit einer Zehnernuss. Mit einem 27er-Schlüssel schraubt man den Steuerketten-Spanner heraus, Achtung, es tritt Öl aus, und schraubt dann das Prüfwerkzeug hinein. Mit einer 22er-Nuss und einer Ratsche kann man nun die Kurbelwelle des Motors drehen, Achtung, ausschließlich im Uhrzeigersinn. Dies tut man viermal und beobachtet währenddessen den Messdorn des Prüfwerkzeugs. Sollte der Messdorn während dieser vier Umdrehungen mit der Öffnung fluchten oder gar darin verschwinden, dann ist die Steuerkette kritisch gelenkt und muss ausgetauscht werden. Bei diesem N46 mit erster Steuerkette und 160.000 Kilometern ist die Steuerkette noch absolut in Ordnung. Achtung, während das Prüfwerkzeug montiert ist, darf der Motor auf keinen Fall gestartet werden. Nach dem Test das Prüfwerkzeug wieder durch den normalen Steuerketten-Spanner ersetzen und das Auto wieder zusammenbauen, also Servo-Ausgleichsbehälter montieren und Luftansaugstutzen anbauen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Wie immer, Teile und Sonstiges in der Beschreibung und damit, ciao und bis zum nächsten Mal.